Wenn ich eins dieses Jahr in der Hundehaltung gelernt habe, ist, dass ich Brunos Leckerlis sofort nach dem Kauf luftdicht verpacke. Denn es ist mir dieses Jahr schon dreimal vorgekommen, dass ich einen Futtermilbenbefall hatte. Das seht ihr daran, dass das Futter förmlich zu Staub verfällt. Ihr solche Fraßspuren seht, ganz viele Krümel und es sich zum Teil sogar bewegt. Also richtig ekelhaft und auch sogar für die Gesundheit deines Hundes nicht gut, denn viele Hunde reagieren mit Allergien da drauf. Deswegen verpacke ich alles einfach in so luftdichte Behälter und dann kann mir das hoffentlich nicht mehr passieren. Sollte ein Befall da sein, dann kann der sich wenigstens nicht über alles ausbreiten.